Ring 3, Runde 1 Den Kampf des Boxriesen können wir komplett zeigen, denn Eugen Orlov macht in seinem Schwergewichtskampf mit seinem Kontrahenten Mihaly Nemeth aus Ungarn kurzen Prozess. Ring 3, Runde 1 Ring 3, Runde 1 Ring 3, Runde 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bereits in der ersten Runde war der Kampf vorbei. Es dauerte nur 1 Minute und 35 Sekunden und der Sieg für Orlov durch technischen K.O. stand fest. Vielen Dank.